Alright, weiter geht's. Wir können durch den Nebel gehen oder wir können hier hochgehen. Ich gehe mal hoch und finde eine Seele. Und vielleicht noch ein Gegner? Nein, kein Gegner. Wunderbar. Lebenssteine. Drei Stück. Na holla, die Waldfeder freut mich mich aber doch. Okay. Ich weiß nicht, was hier hinter ist und ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Boss. Ha! Nächster Boss. Vierter Boss oder Fünfster Boss? Ich glaube, vierter Boss. Vierter Boss. Oh Gott. Und da hat ein Breitschwert. Ein Breitschwert. Ich will das Breitschwert haben. Gib mir das Schwert. Gib mir das Schwert. Gib mir das Schwert. Gib mir das Schwert. Okay. Bettes. Vierter Boss. Leute. Vierter Boss. Let's do it. Er schwebt. Oh mein Gott. Nicht gut. Schweben. Nicht gut. Okay. Er hat einen Sturmangriff. Erinnert mich ein bisschen an Arturias. Okay. Er hat ein sehr interessantes Bewegungsmuster. Vor allem durch dieses Schweben ist es gar nicht mal leicht vorherzusehen. Wo du einen Hit anbringen kannst und wo nicht. Nein, der war zu früh. Ich muss hier sehr auf meine Kondition aufpassen. Also man muss extrem auf sein Stamina aufpassen. Fuck, 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 don't do it. Es ist, ich finde es gerade sehr schwer bei ihm Hits anzubringen. Da hat er mir einen, okay. Okay. Ich muss noch links ausweichen, äh rechts ausweichen, ganz wichtig. Okay. Okay, okay. Ja. Wenn eine rote Zahl oben links ist, dann ist eine Aufnahme am Laufen. Ähm. Okay. Wir holen uns mal eben den dritten Estus Flakon und den könnten wir benötigen. Ansonsten glaube ich, wir kriegen, also, der wird ein bisschen, das ist glaube ich ja endlich mal ein Boss. Eindrucksvoll. Ähm, der erste, wenn ihr euch erinnert, der erste war, naja, musste man nicht wirklich viel machen. Der zweite, was war denn der zweite? Ja, der zweite war der, wie ich finde, einfachste Boss überhaupt. Fand ich ziemlich lame. Ich fand den zweiten Boss ziemlich lame. Ähm, und den dritten, der war unfair. Ähm. Ähm, wir erinnern uns. Er ist jetzt, glaube ich, richtig und anspruchsvoll. Ich finde, ich finde das gut. Ich glaube, der, der wird, ähm, das ist so ein Arturias-Kampf. Man muss genau ausweichen, man muss aufpassen, wo man die Hits ansetzt. Geht nicht, Chris LP. Gibt's eigentlich Ornstein und Smog-ähnliche Bosse? Keine Ahnung, Brokkoli. Wir haben erst drei Bosse besiegt. Von, wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, weiß ich nicht. Wir sind noch, sozusagen, ganz am Anfang des Spiels. Hier, um das Licht zu sehen. Aber... Was heißt es eigentlich? Was heißt es eigentlich? Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Also, abgesehen davon machen wir uns wieder menschlich. Da wir aber jetzt gerade schon menschlich sind, können wir auch nochmal eben was machen. Bevor wir das nicht wieder vergessen. Alright. Bevor wir das vergessen. Wir sind komplett menschlich, das heißt, wir haben volles Leben. Das heißt, wir können uns mal eben den Schatz holen. Das heißt, den Schatz, die Seele. Weiß auch immer, was das noch für eine Seele ist, die da oben liegt. Nein. Erstes Flakon. Ich den Sprung jetzt nicht verkacke. Ich verkacke ihn diesmal nicht. Endlich. Oh, Bingo, Bongo. Wo, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. Keine Ahnung, was hier liegt. Hier liegt ein... Ring des Bösen Augen plus eins. Nee, sag bloß. Ich weiß, was das ist. Moment mal. Ähm, Ring der Wiederherstellung brauche ich auf jeden Fall. Was ist der Aschenknöschelring? Versteinerungsresistenz, blablabla. Ja! Ja! Haben will! Ähm, ja, jetzt brauchen wir aber theoretisch nichts mehr. Wir können hier weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ein Stangartgroßschwert. Bastardsschwert. Gebt es mir doch. Gebt es mir. Ich will ein Großschwert haben, zum Teufel. Ich will doch nur ein Großschwert haben. Wenn wir alles so viel... Also... Ich meine... Ich laufe immer noch mit der Waffe rum, die ich nach... ...nach... ...20 Minuten Spiel gefunden habe. Kann doch nicht sein. Ähm... Ich möchte die hier nicht plussen. Möchte die Waffe nicht plussen. Was haben wir denn hier? In sich brauche ich... ...einen 100% Schutz. Vorsichtshalber. Ähm, ja. Und dann die Banditenrüstung. Das müsste eigentlich passen. Okay. Okay, wir können anfangen. Ähm, Moment. Ich muss gerade so überlegen. Wohin denn? Ähm, da. Ist doch richtig, oder? Müsste. Müsste richtig sein. Ja. Ist auf jeden Fall richtig. Ich erinnere mich gerade an den Weg. Ganz klar. Gut. Weg ist klar. Der Weg ist auch nicht allzu weit. Ich hoffe, ich werde nicht getrollt. Okay. Wonderful. Boss Nummer 4. Wir kommen. Let me see. Ähm. Ne, ne. Da ist richtig. So, wie komme ich jetzt hier durch? Einfach laufen. Alright. Falsch. Scheiß. Das war dumm. Ich hätte mich nicht treffen. Danke. Obwohl ich hätte meinen TP-Regenerationsring. Aber trotzdem. Treffen wäre doof. Boss Nummer 4. Zweiter Versuch. Auf geht's. So, wichtig hier nach rechts ausweichen. Meine Delise. Oh, fuck. Naja, stand ich dumm im Blicklicht von dem. Was war ich jetzt am dringend? Okay. Wenn ich direkt daneben stehe. Habe ich gerade nach rechts ausweichen gesagt? Oh, ich muss auf meinen Staminer aufpassen. Oh, sowas kannst du auch. Ich muss noch aufpassen. Ich wäre froh, wenn ich da eine Waffe kriege. Nicht runterrollen. Scheiße. Auffassen, auffassen, auffassen. Oh, okay. Wie gesagt, der fordert mal wieder ein wenig was an. Scheiße. Der fordert ein bisschen was an. Scheiße, juhu. Der fordert ein bisschen was an Konzentration. Fällt mir sehr. Oh, oh shit. Nichts verkehrt, nur. Oh, wer denn dumm. Nein, 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 nein. Du warnest mich nicht. Verflucht. Nein, er curst mich nicht. Nein, nein, nein. Warum curst du mich? Das ist das Schlimmste, was du mir hättest antun können. Ich bin curst gestorben. Das ist ein idiotischer Fehler. Das ist ein absolut idiotischer Fehler. Aber Moment. Bedeutet das Cursen hier nichts mehr? Ich sehe keine Nebeneffekte vom Cursen. Oder, wenn ich jetzt irgendwas verpasst. Komisch. Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Verfluchen war damals das Schlimmste, was es gibt. Ne, jetzt soll das einfach nicht mehr schlimm sein. Das wundert mich. Das war jetzt. Oh, war mal. Oh, war mal. Oh, war mal. Oh, war mal. Verdammt Was? Wo hat er mich getroffen? Was, 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 was? Okay Den muss man echt aufpassen, ist interessant Ihr Wort gefällt mir Ja Ähm, Chris Wenn ich aber Aufnahme starte, dann funktioniert der Stream nicht mehr Dann leckt alles Der Bus gefällt mir Okay Es ist noch nicht vorbei Wir wollen Streamen und aufnehmen gleichzeitig Bei OBS Oh, ich kann nicht Okay, wir versuchen das wieder Die Attacke, ey, fuck Die Range ist größer, als ich immer annehme Oh, Scheiß Und wann soll man bitte bei ihm erstes Plakon trinken? Gar nicht, ne? Heilen darf man sich bei ihm nicht Okay Heilen darf man sich bei ihm nicht Alles klar Das heißt im Umkehrschluss Ich darf mich auch nicht treffen lassen Nein, 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 nein Das ist eher Artorias Mh, mh 13 Smog hat nichts mit dem Bewegungsmuster zu tun Diese Art von Bewegungsmuster Diese schnellen Bewegungen Das ist eher Artorias Ähm Ja Ja Wir werden etwas probieren Wir werden etwas probieren Oh, fuck Oh, fuck Probieren wir beim nächsten Mal Ich hab ne Ich hab ne Ich will was Vertesten Scheiß Da kann ich einen sicheren Hint anbringen Da kann ich auch eigentlich einen sicheren Hint anbringen Wenn ich nicht zu doof bin Das ist doch nicht wahr Wente, muss ich da nach vorne rollen Nicht nach hinten Das ist jetzt gleich mal Wow Ich versuch jetzt gleich mal nach vorne zu rollen Jetzt Tatsächlich Da kann ich zwei Hits anbringen Wow, der war knapp Gar nicht so beabsichtigt Ich will mich jetzt nicht Ich darf mich jetzt irgendwie nicht heilen Also, weil Jetzt hat die Heilung dauert zu lange Versuch's mal Der Lifetime geht gerade so Nein, nein, nicht schon wieder Nein, 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 nein Okay Bin verflucht Nachdenkend ist sauber jetzt Nach vorne rollen Perfekt Nach vorne rollen funktioniert Sehr schön Dann kann ich zwei Hits anbringen Oh, man Oh fuck Habt Glück gehabt Vorne rollen Fuck Glück gehabt This roll Die EP wird langsam wieder hergestellt Weiter konzentrieren Wie wenig Hits man an dem bringen kann Das ist so krass Nein Not that again Scheiße mein Auge juckt Hör auf Du kannst jetzt nicht jucken Auge Du kannst jetzt nicht jucken Kann dir das nicht gut beibringen Aber du kannst jetzt nicht jucken Ich hab nicht verstanden Ich hoffe der hat nicht noch irgendwie Minus 30% Modus Oder sowas Woher dann anfängt Übelst zu enragen Scheiße ich hab kein Samina Aufgepasst Samina aufladen Nein 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 Niemals zu viel wollen Ich lege da immer lieber nur einen Hit an. Einfach. Um nicht zu viel zu wollen. Ja, und da habe ich die zwei Hits. Okay, Glück haben. Und jetzt der Finisht. Und finish it. Uuu, ja, Kassar! Ring der Kling, Sehle der Verfolger. What the fuck, du Arschloch? Are you, are you serious? Wolltest du gerade mich töten, während ich am Jubeln bin? Wolltest du mich gerade töten, während ich am Jubeln bin? Mistkröte. Was haben wir denn hier? Erhöht körperliche Angriffe. Sehr schön. Alright. Oh, GG. Oh, fuck, ey. Alright. Ähm, was haben wir noch bekommen? Wir haben noch irgendwas bekommen. Ich nehme an, seine Seele. Seele des Verfolgers, ja, tatsächlich. Ähm, okay. Ich möchte jetzt endlich eine anständige Waffe haben. Bitte. Snuggly. Oh nein, was habe ich getan? Nein, 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 nein Was machst du denn? Wo ist die verlorene Festung? Hier? Ja, tatsächlich, wir können hier jederzeit wieder hin. Juhu! Ähm, dann tatsächlich möchte ich mal bitte eben zurück. Obwohl, das ist ja nett, dass sie mich jetzt hierher gebracht hat, aber so nett finde ich das ja auch wieder nicht. Ich möchte gerade kurz erst nochmal erkunden, was jetzt da hinterm Boss noch ist. Oder ob es dann nur zu dieser verlorenen Festung geht. Ähm, also ob da jetzt noch was ist, ich habe da noch nicht fertig, mein Lieber. Ist ja nett von dir, dass du mitdenkst und so, aber... Okay. Vierter Boss im Spiel besiegt. Wir gucken gleich mal nach dem Dead-Counter. So als Zwischenstand. Ich würde jetzt auf 60 tendieren. Ja, eigentlich müsste es mehr sein, glaube ich, oder? Ich sag jetzt mal 60. Es können jetzt Wetten abgeschossen werden. Ihr könnt jetzt euren Tipp einmal, einen Tipp, abgeben. Es gibt jetzt einen Tipp. Wie oft bin ich in diesem Spiel bis jetzt gestorben? Boah. Aua. Brokkoli-Sack 65. Was ist das hier? Drenn-Lick ist das Wort. Was? Oh, ich weiß, wo ich bin. Ähm, was ist das denn für ein Drenn-Lick-Sport da? Was? Ist das endlich ein Breitschwert? Ja. Es ist endlich ein Breitschwert. Ich habe ein Breitschwert gefunden. Was brauche ich dafür? 20 Beweglichkeit? Ach, das ist näher. Das ist ein Dexterist-Sword. Das ist an sich ein Dexterist-Sword. Egal, mache ich trotzdem. Äh, aber egal. Ich mache jetzt erst noch weiter. Moment. Ich kann das noch nicht tragen. Deswegen muss ich nochmal eben wechseln. Aber endlich ein anderes Schwert, Leute. Endlich ein anderes Schwert. Okay. 50. Also, Syr sagt 50. Äh, Mace-Kommentar verstehe ich nicht. Jetzt bin ich zu hoch gerade. Wie oft ich gestorben bin. In was für einer Stunde ich gerade bin. Ähm. Ich glaube nach ungefähr 8 Stunden. 7 Stunden. Nach 7 Stunden. Ja. Nach 7 Stunden Spielzeit. Wie oft bin ich gestorben? Gordel sagt unter 50. Mace sagt 53. Warte mal, ist das hier nicht der Boss? Warte mal. Leider passiert nichts. Leider passiert nichts. Aha. Leider passiert nichts, Leute. Okay. Dann wollen wir eben zum Leuchtfeuer. Keine Lust jetzt ein... Dingenschein einzusetzen. Ein, ähm... Blablabla-Stein. Verdammt. Äh, ein... Stein. Verdammt. Ihr wisst, was ich meine. Und vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ne, wisst ihr nicht. Ein Heimkerk noch. Ich sage mehr als 18. Syr, der war nicht witzig. Ich bin... Wie gesagt, ich sage 60. Ich bin zuerst. Ich habe 60 gesagt. Ich bin gespannt, was jetzt stimmt. Der Punkt ist nämlich, ich bin alleine schon mindestens 25 Mal in diese scheiß Schlucht gesprungen. Alright. Reisen. Let's watch. How many da... Wie viele Tode habe ich? Ich bin gespannt. Also, wir werden jetzt alle überrascht. Es sind 165. Oder 125. Es sind über 100. Okay. Let's see. 73 Tode. 73 Tode. 73 Tode. 73 Tode. Let's see. Gott, wie bitter. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir haben noch mehr als genug Zeug über... Okay, wir können jetzt... ...diese Waffe anziehen. Okay, das ist kein Stärke... Es wird aber endlich mal ein bisschen besser sein. Oh, ich rolle sehr langsam. Ich will so viel heißen wie die Waffe. Das ist wahrscheinlich ziemlich schwer. Jetzt ziehen wir eben ein leichteres Schild an. Das hier hat direkt 8. Das Lederschild hier 1,5. Also ein bisschen besser. Okay. Ähm... Ja, gehen wir weiter in der Festung, würde ich sagen. Welches Level bist du denn jetzt? Ähm... Ich bin Level 51. Renderpause, was? Ne, ne, ich hab nicht durchgehend gespielt. Wir hatten viel Pause dabei. Leider. Ähm, reisen. Auf zur verlorenen Festung. Hä, wie, warum hab ich mehr Leg als Gordel? Den versteh ich nicht. Der ist mir zu hoch. Alright. Ich hoffe jetzt, dass das Schwert was bringt. Ach, da muss ich lang. What the fuck? Fuck, ich bin runtergefallen. Verdammt, ich komm da auch nicht mehr hoch. Oh, ich mach Schaden. Schaden, 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 Schaden. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Schwert jetzt eventuell... Ich glaub, ich mach dieses Schwert hoch eventuell. Das ist... Könnte... Wow, wow, wow. Bein runtergefallen. Das Schwert könnte echt gut sein. Ich weiß es aber noch nicht. Eventuell find ich auch ein besseres noch hier. Das ist eine Kiste, die ich aufmachen kann. Ähm, es gibt auch... Wir haben eben ein bisschen Trackmania gespielt und so. Aber, ähm... Ähm, im Großen und Ganzen ist der Großteil natürlich Dark Souls. Ähm... Lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Ähm... Der Ring gerade ist es. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Nee, ist schon okay, so. Verdammt, ich da hab gehofft, da ist jetzt eine unsichtbare Wand. Ähm... Dem ist nicht so. Hä? Moment mal, wo geht's denn dann hin? Hier ist auch noch. Ah, okay. Hier. Wahrscheinlich. Nehme ich an. Weiß ich nicht. Bist du gut oder böse? Ich glaub mal, du bist böse. Bäm's. Oh, das Schwert. Ich mag das Schwert. So, wir werden allerdings nochmal eben zurück müssen. Moment mal, komm ich zurück? Wie komm ich zurück? Komm ich nicht zurück? Ich komm nicht zurück. Verdammt. Okay, muss ich das später irgendwann machen? Da ist nämlich noch eine Seele, die ich auf jeden Fall haben will. Kann ich hier runterfallen? Ja, kann ich. Aber in den Tod und nicht irgendwie in was, was ich will. Das sieht komisch aus. Gefährlich. Das ist bestimmt eine Falle. Da ist ein NPC. Moment mal, die kenn ich doch schon. Das ist doch die mit der Maske. Ich dachte, das könnte dir sein. Du hast nicht ein bisschen verändert, haben Sie? Du hast nicht mehr. Das ist schon länger ich hier bin, das ist mehr Mühe, das ich zure. Eine wammische Ort, aber nicht ohne Tränen ihrer formeren König. Was könnte so eine Degradation ... ... Hm Nee, verbirgt ihr Gesicht Hier sind mir irgendwie Oh, Hallöchen Hier ist ne Leiter Moment mal So ganz verarschen könnt ihr mich nicht Boah, jetzt kommt jetzt kurz die PS3-Steuerung Für den Einsatz Oh Gott Versucht mal präzise mit dem PS3-Controller Kann ich nicht Das existiert bei mir nicht Ne große Titanscherbe Ich wollte gerade schreien Ich bin ein Genius Ich werde jetzt beinahe gerade in den Tod gestürzt Oh, Hallöchen Gegner Ich mache Schaden Oh, ich mag dieses Schwert Einfach nur, weil ich endlich was anderes habe Endlich was anderes, Leute Jetzt kann es auch überall weitergehen Äh, wo geht es denn hier lang? Ist es ja auch nur in den Abgrund? Irgendwo geht es bestimmt nicht in den Abgrund Sondern irgendwie zu einem geheimen Ort Ich sehe das schon kommen Deswegen gucke ich auch überall Da ist noch so ein Typ Oh, das ist ein Hund Wichtig, erst Hund töten Und töten Und Sehne nehmen Goldtarts, schon wieder Sehr schön Werden wir gebrauchen können Das hier Schwert hier können wir nämlich verzaubern Oh, verdammt Alright Was höre ich da? Was ich da höre, ist nicht gut Ich habe gerade so ein komisches Fapp, fapp, fapp gehört Da oben ist eine Seele Da, schon wieder Ich höre schon wieder so ein Fapp, fapp, fapp Lass mich raten Die Kiste ist im Weg Kannst du es jetzt aufmachen? Verschloss Ja, Kinder Okay Komm ich hier jetzt nicht weiter Oder was? Ist hier eine Leiter? Äh, verschlossen Hier, fapp, 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 was? Ich weiß nicht, wohin Ähm, bin ich hier zu früh? Jetzt entweder sehe ich gerade Eindeutig den Weg Oder ich komme hier noch nicht weiter Hier ist was verschlossen Ich komme hier nicht durch Versuchen wir es doch mal hier lang Wie das denn? Den Weg hatten wir noch nicht Wenn das hier nicht auch verschlossen ist Das ist es nicht Schon noch keine Falle Okay, hier geht's weiter Was seid ihr denn? Was seid ihr? Und ihr seid viele Ach нельзя Was sind die In das hier wird Who ist das? Ah, ihr seid viele Vai, sind die Wir sind Ja Genau Mhm Hm. Okay. Ähm. An sich bin... Ja. Ah, okay. Wir sind wieder hier. Das heißt, wir können mal eben nochmal versuchen, die Seele zu kriegen. Große Titanscherbe. Oh, verdammt. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Der war doof. Wehe, du schießt. Ich hab ein Schild auf dem Rücken. Das dürfte mir eigentlich keinen Schaden machen. Wunderbar. Oh, hä? Was? Ich bin getroffen, oder was? Ganz schlecht. Okay. Heiliger. Mach mir keine... Panik hier. Ist der NPC schon wieder weg? Der NPC ist noch da. Klar. Okay, wir wissen, der richtige Weg ist hier. Der richtige Weg ist aber auch gleichzeitig der tödlichste Weg. Hier sind wir nämlich gestorben. Weil hier einfach zu viele Gegner kamen. Das ist die Frage. Wie viele kommen jetzt? Das läuft noch ganz gut. Ja, sehr schön. Du bist aufgesehen davon, dass die... Wow! Wo kommst du denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus dem Pausen. Bitte sehr. Was zum Teufel? Schön, haja mal. Dankeschön. Wenn du Sprinten während der Leitestag steigst, steigst du schneller. Interessant. Vielen Dank für die Information. Wow. War ja schon fast getroffen. Warum brauche ich für die jetzt drei Hits? Warum kann da der mich zweimal free hitten? Soll ich das jemand beantworten? Ein Lebensstein. Das freut mich doch. Wir sehen im Stück. Ähm, wo geht's lang? Wow. Das war knapp. Jetzt bin ich beinahe fast direkt ins zweite Untergeschoss gefallen. Das hier merkwürdige Gefängniskäfige, die wir doch hier haben. Da hast du einen Hund. Ach, Hund und die Seele. Da waren wir eben. Ich erinnere mich. Erstmal eben gucken, was hier ist. Das würde mich gerne interessieren. Eine Falle. Interessant. Ah, die miese Falle. Hm, ja. Wenn ich den Hebel jetzt ziehe, lass mich raten, dann kommt der Typ mir da entgegen, oder nicht? Warum läufst du weg? Renn weg! Das ist kalt. Der will ja mich aber auch nur verarschen. Da ist Nebel. Ist da ein Boss? Kann ich mir kaum vorstellen, aber ist da ein Boss? Ach. Und jetzt von hinten kommen, ja? Aber das würde ich auch wissen, Asi. Ist da ein Boss? Ich sage jetzt, hier ist kein Boss, oder? Und wie hier ein Boss ist? What the? Alter! Hab ich mich erschreckt? Oh, ich schau. Oh, ich schau. Mein Herz. Alter! 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 Mein Herz! Alter! Hab ich mich grad... Holy shit! Hab ich mich grad erschreckt, ey! Das, was Amnesia 2 nicht geschafft hat, ne? Oh fuck, mein Herz rast. Fuck! Holy shit! Boah, Alter! Bei mir klopft grad alles. Fuck, ey! Hab ich... Hab ich mich... Hab ich... Ey, holy shit! Holy shit! Gute Nacht, Broccoli! The village... Okay, wollen wir wirklich kommen. Okay, wollen wir wirklich kommen? Boah, ich zitter, Alter. Fuck! Ah... Fuck! Ah, okay. Boah, ne Scheiß! Meine Arme fühlen sich grad an wie... Wie Pudding. Also wie... Wie... Ey! Fuck, was ist los? Was? Oh, scheiße! Also so erschreckt hab ich mich lange in dem Leben. Boah. Fuck! Nein, 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 nein. Oh, Mann, ey. Ja, du hast auch nicht selbst gespielt, Krent. Ich glaub, das hat gut was damit zu tun... Ob du es... Ach, fuck, selbst spielst. Ich hab einfach gerade... Auf die Lebensfrage... Oh, drei Gegner und auf einmal... Bam! Hab ich... Ne Keule im Kopf. Ich hab mich einfach... Was ist denn der Arme schreckt? Hier ist ne Leiter. Seele eines stolzen Rittes und ein Menschbild. Menschbild brauch ich dringend, ja. Ah, ich weiß, wo das hinführt. Ich weiß, wo die Leiter hinführt. Ich weiß, wo die Leiter hinführt. Da, wo der eben Typ... Der Typ eben geflohen... Fliehen wollte. Ihr wollt mich treulen, oder? Ihr seid echt mies, Entwickler. Ihr seid echt mies. Ihr seid echt schon ein paar Arschlöcher, ne? Das muss man euch ja lassen. Ganz ehrlich, muss man euch ja lassen. Boah, okay. Ja, hier ist das, wo die... Ja, da, wo die geflohen sind. Und damit komm ich jetzt von hinten hin. Aua. Ich weiß jetzt gerade nicht... Oh, hallo. Ich weiß jetzt gerade, ehrlich gesagt, keine Strategie gegen drei Gegner. Ähm... Ernsthaft nicht. Ich weiß gerade... Ich weiß gerade nicht... Ich hab gerade überhaupt keinen Plan, wie ich die angehen soll. Ich weiß, der eine hat ne Keule. Ähm... Ich weiß nur nicht mehr. Der eine hat ne Keule. Aber okay. Probieren wir's aus. Der eine steht links von mir. Ob die Werte gilt. Wir sind nicht sonderlich stark. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das ist doch ein Idiot. Fuck. Ist das jetzt dreimal der gleiche? Ich hätte den einen direkt da oben gekämpfen müssen. Nein, ich hab ihn nicht... Ach, der Hit. Ich muss die oben... Das ist, glaube ich, kein... Das ist, der... Der Kampf ist, glaube ich, ziemlich simpel. Ich muss da unten gegen zwei gleichzeitig kämpfen, aber ansonsten kann ich den einen direkt oben töten, wenn er nicht runterfallen sollte. Hm, was sind zahlen... NPCs haben rechts in der Zelle? Teil und Herrscher? Was? Ich mach den schon alleine. So ist es nicht. Aber, ähm... Jo, ich mach den natürlich alleine. Hi, Idiot. Der ist auch... Der ist nicht schwer. Also, überhaupt nicht schwer. Der war dumm. Der war dumm von mir. Verdammt. Rechts. Von... Zelle... Von der Nebelwand. Okay. Also, nicht der Typ übelst einfach, glaube ich. Ich hab noch nicht sonderlich viel gesehen. Er kann irgendwie ein Schild werfen, das hab ich gesehen. Er kann, ähm... Zuschlagen. Und er ist dreimal da. Das ist übrigens Boss Nummer 5. Gehen wir mal rein, gehen wir da raus. Da kommen nämlich die ersten drei schon... Langsam angetrottet. Oh, fuck. Der war... Okay. Warte mal. Der war dumm. Mal wieder. Mal wieder dumm. Also was? Wir gehen da direkt runter. Ja, hier unten. Einzelne sind die easy, aber zu zweit oder zu dritt heftig. Naja, wir werden's sehen. Erinnert mich an Onzeen und Smog ein bisschen. Ähm... Allerdings... Einfacher. Sehr viel einfacher als Onzeen und Smog. Alright. Let's see. Mr. Tief rechts neben mir. Wie weit geht denn dein was? Puh! That's not good. That's seriously not good. Ja, das war... Dafür, wie lange du zum ersten Boss gebraucht hast, folgen die jetzt aber ziemlich schnell aufeinander. Joa. Naja, du musst erstmal den Weg zum Boss finden. Dann kannst du dir überlegen, wie der kürzeste Weg dorthin ist. Wie gesagt, an sich hätte ich auch ziemlich schnell zum ersten Boss kommen können. Wer hätte ich gewusst, wo der erste Boss ist? Allerdings habe ich natürlich erst 500 Kilometer rumgesucht. Um dann ihn irgendwann zu finden. Wie viele... Moment mal, wie viele Menschlichkeit. Wir haben doch... Oh, wir haben nur ein Drei-Menschen-Bild. Warum haben wir wieder nur Drei-Menschen-Bild? Das ist doch scheiße. Warum haben wir so wenig Menschen-Bild? Ich brauche mehr ein Menschen-Bild. Aber ich finde es eigentlich gut, dass es eher eine Rarität ist. Muss man das verstehen. Das ist halt... Das ist halt nicht so wie in Dark Souls 1. Da wird man mit Menschlichkeit zu bombardiert. Und menschlich-Bild ist sehr viel rarer und sehr viel wichtiger. Ganz ab. Oh. Es gibt sogar 30 Bosse. Oh. Dann wird es witzig. Wir sind beim fünften. All right. Aber wenn ich ihn diesmal nicht schaffe, dann würde ich es mal mit dem Summonen. Dann summon ich mal. Ich meine, das wollen wir auch sehen, wie in Dark Souls 2 jemand beschworen wird. Ich meine, das wollen wir auch sehen, wie in Dark Souls 2 jemand beschworen wird.